Mann, warum bauen die immer alles ab? Und ruck jetzt weg. Perfekt. Sammel ich direkt hier. So, ich sammel erstmal ein bisschen bis 20. Sammel ich erstmal mal. Ungefähr. 20 Eisen, perfekt. Oh Gott, da was. So, mal schauen. Ich hol mir erstmal ein Blöcke, dann machen wir die Kloppen dicht. Alter. Ticke, was machen die denn hier? Mann, warum bauen die immer alles ab? Okay, dann hab ich. Da liegt schon was. Perfekt, Alter. 50 ist gut. So, dann nehmen wir uns einfach das, das. Und ich war mir noch, ja, das ist jetzt nicht so viel. Dann nehmen wir noch ein bisschen Wolle. Noch eine Sette Wolle haben wir dann. Ich speise mir noch auf 40. Fair für den Feuerball. Aber dann hol ich mir erstmal ein Eisenschwert. Und hier ist eine Festung. Perfekt. Und dann außen rum packe ich dann hier die. Endlich da und hin. Ich weiß nicht, was die da wegen haben. Ist ja gar nicht. Gut, aber Holz. Die meisten holt ich eher in die Schwitzsacke. Und deswegen. Holz ist eigentlich sicher. Aber, also, die komm ich schon. Okay. Ähm. Den packe ich mal hier. Ich mach ihn mal kurz. So. Wie viel Blöck hoch ist das? Das ist dann gut. Nehmen wir gleich erstmal. Noch gute Fläche. Und dann packe ich hier diesen Tower hin. Tick. Snack. So. Hier ist so eine gute Treppe. Ne? Perfekt. Man macht das so immer. Ne? Ähm. Ich geh hoch. Ah ja. Okay. Die Sicht ist ganz gut. Perfekt. Okay. Ein bisschen fern. Aber das reint sich hier wieder. Ich brauch das jetzt nicht. Hier, nehmt ihr hier das. Ich brauch Eisen. Nur Eisen brauche ich. So, aber wenn ich bei 40 bin, ist das gut. Und dann hör ich noch ein bisschen Stein. Und auf 52. Ähm. Perfekt. Dann hör ich noch einmal. Das. Und einmal das. Fertig. Dann gehen wir hoch. Mal gucken, ob man von den Gegnern Vizier hat. Dann gucken wir da bar. Ähm. Das sieht schon mal ganz gut aus. Gelb. Und der sieht mir noch besser aus. Ob ich schlecht. Puh, war das schlecht. Da muss ich noch ein bisschen warten. Ich bin jetzt nicht so gut im Zielen. Von. Oh, ne. Okay. Ein Bett ist schon noch kaputt. Das ist gut. Mhm. Jetzt muss ich noch 40 warten. Wie lange dauert das Lager noch? Wie lange denn noch? Perfekt 40. Ich bräuchte mir jetzt noch ein. Zumindest ist die Lage von dem Turm sehr gut. Ich sehe es gerade niemanden. Alter, da ist Gelb. Gelb ist auch dabei. Wo ist denn die Base? Bad ist nicht kaputt, aber wir am besten, wir gehen direkt zu Gelb. Das schaffe ich zwar jetzt nicht mehr, aber das ist ja zu Gelb. Oh, das wäre gut, wenn wir jetzt zu Gelb gehen könnten. Aber Gelb ist... Gelb ist kaputt. Also das Bett von Gelb wird ein bisschen scheiße. Ich kann es nicht mehr kriegen. Ah, Gelb. Aha, okay. Dann müssen wir es so machen. Alles zu Gelb. Los. Ich gehe mal zu Gelb rüber, denn... Oh, nee. Okay. Schnell rüber. Ich habe jetzt eh keine Sachen, also... Verseres ist wert. Wenn ich... Selbst wenn ich... Okay, jetzt seht ihr Mund. Jetzt seht ihr jetzt... Egal. Mund, Mund, Mund... Ich wollte mich so... Aber... Gelb ist... Ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, ob die es schon nachgewissert haben. Ausdreht. Und jetzt rüber. Oh, nee. Das wird mich verstören. Ich weiß nicht, ob die es schon so gut ist. Ich weiß nicht, ob die es schon so gut ist. Daher geht's. Ich meine es nur. Aber... Okay, ich habe... Ich habe das Bett. das ist jetzt okay gelb haben wir das bett kaputt das ist super wir sind die jetzt wird man versuchen unterricht zu stellen das ist das einzige was nicht möglich ist deswegen müssen wir uns das sehr gut aufpassen also ich mache nochmal hier Clay die waren hier alles zu genauso wie ich perfekt sehr gute Arbeit ich habe die wenig Eisen wir haben das ist schlecht am besten was zum kämpfen bräuchte man jetzt also ich mach mal kurz mal kurz mal kurz ich hole mir auf jeden fall noch Diamanten wie viel bräuchte man denn also das ist der Camping Mode ich könnte den ich hab den immer an jetzt wird alles zu gebaut das ist zwar sehr tief in okay ich baue jetzt hier alles erstmal zu damit oh shit da muss jetzt nicht so viele Gegner ankommen das war eigentlich sehr schlecht aber okay perfekt ausgegespielt Vielen Dank. Hier ist der geheime Eingang. Superhalm ist jetzt auch nun wieder nicht, aber so einfach zu finden. An der Rückseite kann man nämlich nur rein. Perfekt. Der Rest ist hier gut zugemauert. So, Wolle ist schlecht. Ich nehme mir unbedingt das und das. Und dann mache ich hier wieder das zu. Ich brauche jetzt eine Schere. Ohne Schere ist das jetzt echt nicht möglich. Und ich mache mir unbedingt noch einen Springer. Wird das nicht geballert. Aber man kann rein sehen. Es wird eher zu sehen wie gut. Es wird nicht so gut. Ohja, perfekt. Okay, ich mache einfach das sind dazu. Gut. Gut, jetzt mache ich mir noch die Wolle. Und dann mache ich mir noch ein paar Steine. Egal, wie viel hatte ich. Oh, von Yellow. Die ich... Von denen ich das ganze stört, aber also... Ist gut. Ist gut. Und die Leute noch. Hier laufen gar nicht mal so schlecht zu sein. Ich denke, meine Team hätte dann eh nicht mehr kommen. Aber... Trotzdem baue ich jetzt hier noch einen Eingang. So. Und das mache ich statt. Und jetzt gehe ich auch... Oh, ich habe hier jemanden. Ich weiß ja nicht woher es nochmal war. Hier von... Ähm... Ich mache ein Team Upgrade. Was kann man machen? Acht. Vier. Was brauche ich denn jetzt? Iron Force. Iron Force finde ich eigentlich manchmal. So schlecht. Das mache ich einmal. Ich würde mir gerne noch mal Trap einbauen. Aber... Das geht jetzt nicht mehr. Okay. Das geht noch hier. Dann mache ich einfach das ganze Fenster zu. Vorne. Das kann man eigentlich mit Wolle machen. Ähm... Ich habe ja genügend Sachen. Also... Ich bin einfach in Wolle. Okay. Ähm... Ich mache hier eine gute Arbeit. Ich nehme hier mal die Schere und mache hier zum Wolle. Wolle vielleicht. Also... Okay. 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 Ich müsste mich jetzt, mal die Schere und Schere einfach ins Gefühl einpäpfchen. Dafür muss ich leider, leider raus. Hier ist's mit. Verbringt eine Erklärung für die Schere anmerkung. Alles, was es gibt, mache ich jetzt voll mit dem Style. Und ich camp in der Base. Ein Yellow-Typ. Ach, okay. Ich hätte mich alleine gestellt, wie er ist. Nicht so gut. Denn man wird direkt zu unserer Base gehen und dann finden, wo wir uns finden. Boah, ich hab ein Steck. Gold, das ist zu viel scheinbar. Okay, Eisen habe ich jetzt nicht so viel. Im Vergleich zu Gold. So, jetzt geh ich einfach raus und guck mal, was die anderen so machen. Mein Teammate ist irgendwo. Ich weiß echt nicht, was die hier machen. Ich camp hier. Und der camp auch. Ich meine, unsere Base ist ja nicht gut. Hier könnte ich auch bleiben. Hier ist eine gute Base. Ich denke, das wird ruin. Ich denke. Aber... Okay, ich bin alleine. Das ist jetzt nicht mehr gut. Okay, dann mach ich hier alles zu. Das ist das Zeichen dafür, dass alles zugebaut wird. Mit... 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 Steinen. Dass... ... ... ... ... Jetzt ist es echt Kenntn Ich pack ihn mal ein paar Das war jetzt echt blöd Auch Musik Dester 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 Ich kann mir gar nix zu holen, weil ich hab eigentlich schon alles. Ok, jetzt gehen wir raus, gehen los ganz. Ok, jetzt gehen wir raus, gehen los ganz. Ok, morgen wahrscheinlich, morgen oder heute noch mal. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ok, morgen wahrscheinlich, morgen oder heute noch mal. Ok. 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 Ich weiß nicht, wie das ist. Ein Rüspel-Piles. Oh, das ist ein Rüspel-Piles. Oh, das ist ein Rüspel-Piles. Kommt von eurem Arsch rein. Aus Kamazzi, ne? Ja, der aus der Parallel-Klasse. Kannst du beim Laufen die Bandage benutzen? Ja, machen wir. Aber nicht beim Laufen. Aber so geht's. Und weiter. Ja, das schaffst du mit den Bandagen. Ich bin ein Rüspel. Ich bin ein Rüspel-Piles. Wenn's die Befestigung hervorbell? Ja, auf der Befestigung. Oh, der ist ein Rüspel-Piles. Oh, thekorren. Ich bin ein Rüspel-Piles. Und dieser Arsch, ich kenn den nicht. Der hat sich vercampert. Boah, wieso campt der so? Okay, hab ich grad auch so gemacht. Locker, steht der irgendwo auf Karl oder so rum. Okay, ich hab drei M.O. Okay, ich hab drei M.O. Yep. Okay. HEN